willkommen ich habe hunger es ist der sonntag wieder wo ich essen fahre wie jeden sonntag jeden sonntag der gleiche ablauf jeden sonntag immer das gleiche und mal gucken was es heute zu essen gibt und dann überlege ich ob ich noch was durch die gegend heize aber ich glaube nicht ich bin gestern mit der honda hier richtung also nach beetburg gefahren hin und zurück mit strecke also nur landstraße weil ich mag keine autobahn irgendwie ist das nicht mein ding ja so an die 100 kilometer waren das bestimmt hin und zurück ohne probleme die motorkontrollleuchte ging auch nicht mehr an und so wie der gute herr von honda gesagt hat also sehr zuverlässiger laden muss ich echt sagen in bergisch neukirchen da oben das motorradhaus super geil also man kann jederzeit hingehen wenn man ein problem hat noch mal werbung für den laden und ich bin echt mega geil zufrieden mit dem laden muss sagen die honda hört sich jetzt nach 1822 kilometern viel besser an nach dem ersten ölwechsel und die fährt auch ich habe das gefühl dass die auch mehr power bekommen hat also es macht richtig spaß mit der zu fahren außer wenn du über 100 für ich bin gestern 105 kmh laut tacho gefahren leider habe ich das nicht auf dem video drauf über über diese bundesstraße da wo du frei war mit der geschwindigkeit weil also 105 und dann wird sie instabil wegen den kleinen reifen und da aber ist ja nicht so schlimm das ist ja alles kein problem wenn du kein schnell fahrer aber ich bin kein schnell fahrer 100 kmh reicht mir vollkommen aus ich bin eh lkw fahrer und fahre auch nicht so schnell ich hoffe ich bin 105 kmh gestern gefahren und dagegen also gestern ging noch mehr ich habe die so warm gefahren dass noch mehr also da ging wirklich noch mehr nur ich wollte ja nicht mehr weil die jetzt so instabil geworden ist aber die macht wirklich spaß günstig im verbrauch ich habe jetzt das kommt immer nach fahrweise darauf an ich hatte gestern lag ich bei 1,6 und manchmal 1,7 liter absolut selbst wenn die zwei liter verbrauchen würde wäre mir das egal oder auch knapp über zwei liter das wäre mir sowas von egal weil das ding es macht einfach spaß zu fahren ist weil es total leicht ist die super leicht und die probleme also die geht in den kurven brauchst du gar nichts machen das ist super cool wirklich ein geniales moped kann ich auch anfänger nur empfehlen für anfänger super geeignet da hinten kommt gs fahrer oder ist das eine gs sieht so aus und scheiß auf die 11 ps oder so ich meine dafür du willst du keine rennen fahren du kommst überall zügig weg also ich bin echt zufrieden da ich ja sowieso schon seit 15 20 jahren aufs auto verzichte und nur roller gefahren bin und so weiter da ist das für mich das optimale wirklich das optimale so du kommst schnell von a nach b du fährst zur arbeit und so weiter und so fort also ich bin wirklich super zufrieden und danke nochmal an ronda dass die mir immer so service da also wirklich muss ich echt sagen so ich bin dahin gefahren dann ging die aus und wenn was ist kann ich noch mal vorbeikommen ohne termin super super geil aber wie gesagt man soll die halt frei pusten man soll mal richtig gas geben und Partikel raus alles raus pusten was geht einfach mal gas geben weil ich ja eine woche nur fünf kilometer hin zur arbeit fünf kilometer zurückgefahren bin und kaufe ich mir noch eine andere ja ich werde mir noch eine andere kaufen nicht weil ich nicht zufrieden bin sondern einfach so für meine videos auch auch wenn das viele schwachsinnig finden aber das ist halt mein ding und was andere sagen das ist mir egal ich mache eh was ich will und wenn ich was machen will und kann und tu dann mache ich das auch ohne dass mir irgendjemand da dazwischen redet das mache ich schon und funktioniert immer ich sag ich kaufe mir das moped dann kaufe ich mir das moped ich sag ich mach dies ich mach das und dann mache ich das einfach und heuschnupfen habe ich auch und heuschnupfen habe ich auch Ninja hat gegrüßt hat gegrüßt guter fahrer da ist auch eine go pro vorne 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 so sind wir gleich da auch geil das gerät kleines kennzeichen cooles der sky team die habe ich letztens richtung altenberger dom gesehen cooles gerät 46 fährt der hier schön wie die leute unterwegs sind mit ihren mopeds so adios so